Hallo zusammen, wir sind hier in Park City im Canyon Ski Resort und heute ist das erste Big Air Practice. Gehen wir mal schauen wie es ist, hoffentlich gut und dann morgen ist es eigentlich schon Quali und Final. Musik Ist das für Schweizer Fans oder kann ich irgendeinen Scheiss sagen? Guten Tag meine Damen und Herren, wir haben gerade das Freestyle Skitraining beendet. Ja, wir müssen einfach ganz oben, 200 Meter weit weiter oben vom Start starten und dann über den Start springen und dann vielleicht schaffen wir es. Musik Musik Tag 2, wette kommt dann. Musik 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 Ich hatte einen schlechten Tag im Büro, heute. Ich habe einen Klampen, nicht schlimm. Ich danke, dass ihr zugeschaut habt und ade!